Jetzt sind wir beim anderen Thema, jetzt sind wir bei RB, jetzt kommen wir zu deiner Frage. RB Leipzig, und das weiß wahrscheinlich noch gar keiner hier in dem Sachsenland, hat das große Glück gehabt, die Herrschaften aus Fuschel am See, dass sie sich ein Gesetz angeguckt haben, was da war, und sagte, ach guck mal, das ist doch schön, hier ist eine schöne Lücke drin. Und diese Lücke wurde natürlich gebilligt, auch vom Sächsischen Fußballverband, weil, logisch, hier stand eine Ruine, hier stand ein WM-Stadion, das war leer. Das will man natürlich auch nicht, außer dem Sächsischen Fußballverband, wenn es einen Verein gibt, der jetzt weiß nicht auch, was für einen Nachwuchs tut, das ist eine ganz normale Geschichte, dann ist das erst einmal gut zu heißen. Nicht gut zu heißen ist natürlich die Masche, wie es passiert ist, denn inzwischen wird es das im deutschen Fußball nie mehr geben. Das Gesetz ist inzwischen verabschiedet worden, ich könnte mir vorstellen, ich komme ja gleich dazu, ich kann mir vorstellen, beim Halbfinale Deutschland-Brasilien, da werden ja immer die besten Gesetze gemacht, das Gesetz ist verabschiedet worden, dass nie wieder ein anderer Verein von einem Zweiten das Spielrecht übernehmen bzw. erkaufen kann. Das hat noch gar keiner gewusst. Das Gesetz ist inzwischen draußen. Die letzten, die es gemacht haben, war der SVC in der Landesliga mit dem FC International. Mit dem FC International, ich wollte es gerade sagen. Zimmer wieder in Leipzig und das vorletzte war RB. RB Leipzig, ja. Und das wird es nie wieder geben im deutschen Fußball. RB Leipzig, ja. RB Leipzig, ja. RB Leipzig, ja. RB Leipzig, ja. Untertitelung des ZDF, 2020